Hallo liebe Pöhlers-Bande, herzlich willkommen zu einem weiteren Stadion-Blog. Letzter Heimspieltag, Hertha BSC zu Gast in Dortmund. Wir verabschieden Marcel Schmelzer, wir verabschieden Michael Zorc. Zwei Legenden, es wird unfassbar emotional und ich nehme euch mit. Viel Spaß! Na, du denkst, du hast auch manchmal mehr Plan als die Trainer in der Bundesliga? Dann zeig's der Welt und spiel mit uns bei Spitz! Erstell auch du bei Spitz deine eigene Wunsch-Elf und zeig der Welt, dass du der beste Manager bist. So, liebe Pöhlers-Bande, jetzt bin ich auf dem Weg zum Bus und dann geht es mit dem Bus, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln runter in die Stadt, zum Hauptbahnhof und vom Wuppertaler Hauptbahnhof dann nach Dortmund. Und ihr kennt die Route ja mittlerweile, wenn wir in Dortmund sind, geht es natürlich wohin? Richtig zum Bus, Willi. Ja, ich hab einfach Bock. Ich freue mich extrem auf diesen Tag, bin sehr aufgeregt, bin jetzt schon sehr emotional aufgewühlt tatsächlich, weil eben zwei absolute Legenden gehen und mit Michael Zorc natürlich die größte Legende, die wirklich noch im Verein war, ja, die noch verblieben ist. Und ja, wir haben Michael Zorc einfach unfassbar viel zu verdanken. Das wird mehr als einmal Gänsehaut und ich kann euch sagen, das werden sicherlich auch mal Tränen fließen. So, liebe Leute, jetzt wird's schon direkt ein bisschen stressig. Ich hatte einen Job für uns alle, die richtige Uhrzeit für den Bus rauszufinden. Hab ich verkackt, ne? Haben wir den Bus verpasst, jetzt lassen wir uns dann doch runterfahren zum Hauptbahnhof. Ich hatte einfach die falsche Zeit im Kopf. Passiert dem Besten, jetzt geht's runter zum Hauptbahnhof und dann nach Dortmund, ne? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir sind am Hauptbahnhof in Wuppertaler, haben's rechtzeitig geschafft. Dank der besten Fahrerin der Welt, meiner Freundin, danke an der Stelle. Jetzt geht's zum Gleis und noch ein bisschen was zu trinken holen. Und dann können wir es kaum erwarten, dass es endlich nach Dortmund geht. Echt der Liebe hier, verdammt nochmal. Oh, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Also, wir sind angekommen in Dortmund und jetzt geht es zu Wurstfilly erstmal eine Kleinigkeit snappen, nicht wahr? Happy, happy machen. Und der Patrick ist auch wieder da. Moin. Ja, sicher. Also Patrick, was denkst du denn heute gegen Hertha WSC beim nichtssagenden Spiel? Was machen wir denn so? Die Hertha auf den Vendigationsplatz schießen. Mit Sieg Stuttgart gegen unsere Freunde aus Mölln. Und ja, 4-0. Jawollo, also 4-0. Mit der Abwehr? Mit der Abwehr? Ja, hör mal, da kann ich doch nicht, also besser geht es doch gar nicht. Besser geht es doch gar nicht. Wir singen blau-weiße Scheiße. Blau-weiße Scheiße. So nehm ich, Freunde. Guck mal, was ist denn hier los? Was ist hier los? Baum-Johann, weißt du? Baum-Johann. Da ist die Hertha doch am Start. Da ist die Hertha doch am Start. Also, ihr merkt schon, die Emotionen sind auf jeden Fall am Start. Die Sonne kommt auch wieder raus. Schönes Wetter. Alles angerichtet für einen geilen Abschied von Schmelle und Susi Zorc. Ich glaube, das wird richtig gut. Das wird richtig eskalieren. Und ich hoffe einfach, dass der BVB nochmal Gas gibt. Weil ganz ehrlich, wir haben ja auch nichts zu verschenken. Und für die Hertha geht es auf jeden Fall nochmal um Relegation oder nicht Relegation. Da geht es um richtig was. Also, was man auf jeden Fall sagen muss. Halleluja! Was man auf jeden Fall sagen muss. Es sind wirklich, wirklich viele Berliner da schon. Ah, so Freunde. Jetzt waren wir noch kurz bei Subway drin. Haben für einen Euro uriniert. Aber ich kann euch sagen, geht nicht zu Subway pinkeln. Weil das lohnt sich nicht. Für einen Euro kannst du mehr erwarten. Aber guckt mal, wo wir sind. Natürlich sind wir wo. Ja, sicher, Freunde. Einmal abgelenkt. Guck mal, Moni ist voll im Einsatz. Macht das Spaß auf dem Samstag, oder? Ja. Die beste Currywurst-Pommes in Dortmund. So bist du der Beste. Ah. So Freunde, ne? Also, wenn wir jetzt gleich hier essen, dann natürlich ganz stilecht mit dem eigenen Wurst-Willi. Wurstpizza. Wurstpizza, genau. Ich glaube, du bist Fan vom BVB, kann man unschwer erkennen, oder? Ja, besser als Schalke. Ja, definitiv. Seit wann bist du BVB-Fan? 35 Jahre. 35 Jahre. Und du, wie lange hast du gesammelt für dein ganzes, für alles, was du hier so hast? 22 Jahre. 22 Jahre? 22 Jahre, ja. Stark. Und so gehst du auch gleich auf den Süd? Ja. Geil. Was tippst du heute gegen Hertha? 7 zu 0. Boah, das ist aber deutlich. Stark. Ja, sehr cool. Also Freunde, das ist Borussia Dortmund in Rheinkultur. Ja? Das ist dann mal BVB hier, Freunde. Stark. Sehr geil. So Freunde, für im Stadion die gute Capri-Sonne. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr es genauso frech findet. Dass das Ding mittlerweile Capri-Sonne heißt. Also das ist immer noch die gute Capri-Sonne, oder nicht? Das sind einfach die besten Toiletten, nicht wahr, Patrick? Ja, du musst hier rein. Du musst bei den Damen rein, um zu den Herren zu kommen. Und das ist immer so schön eingerichtet. Das ist immer so schön. Das ist traumhaft. So, das ist wunderschön. Jetzt können wir hier pinkeln gehen, rauchten. So Freunde, entsteht der Block und hört mal hin. Das ist die beste Toilette hier, glaube ich. Ich sag's euch. Also wenn ihr pinkeln müsst, in dieser U-Bahn-Station, hervorragend. Großartig. So Freunde, da sind wir raus aus der Bahn und sind am Stadion angekommen. Jetzt geht es auch relativ nahtlos rein, denn du kannst dich anmelden für die Süßtribüne Dortmund heute, für das Bündnis. Und wenn du das tust, dann kriegst du einen Seidenschal, so Gott will. Und solange der Vorrat reicht. Und das werden wir jetzt versuchen, uns einen Schal zu ergattern, denn das ist immer sehr, sehr cool. Und wir haben schon gehört, ja, es wird eine Choreografie geben. Und Gänsehaut ist jetzt schon garantiert, auf jeden Fall. Das heißt, ich melde mich jetzt gleich dann aus dem Stadion wieder bei euch. Und ich hab Bock. Die Vorfreude ist riesig. Es hat einfach jetzt schon super Spaß gemacht. Also die Anreise war einfach toll. Und ich melde mich, wie gesagt, von drinnen wieder. So Freunde, alles schwarz-gelb. Der Südtribünen-Eingang ist in greifbarer Nähe. Wir gehen rein in den Tempel, rein in den Tempel, bei wirklich wunderschönstem Wetter. Da sind wir. Da ist die Idee doch schon. Die Südtribüne ist doch am Start, Freunde. Der Tempel ist da. Wir sind da. Jetzt gehen wir rein. Hier ist das Drehkreuz. Hier ist die Karte. Und jetzt gehen wir rein. Jawoll. Und das ist der Moment, wo wir drinnen sind. Die Mitarbeiter sind mal drin im Stadion. Der Fanschall leider schon ausverkauft gewesen. Aber es wird ja nächstes Mal geben. Bestimmt. Ich bin mir sicher. Bündnis Südtribüne Dortmund auf jeden Fall super gut. Wir holen uns jetzt mal was zu trinken. Und dann gehen wir gleich in den Block. Wie gesagt, heute Choreografie für Michael Sorg. Ob es die auch für Schmelle gibt. Ich hab noch keine Infos. Aber Leute, ich wünsche mir einfach ein gutes Spiel. Ich wünsche mir einfach Einsatz, Leidenschaft. Herzblut für unseren scheidenden Sportdirektor. Das wäre das, was ich mir wünsche. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir heute erwarten können von Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Emotionen pur, Leute. Roman Bürki spielt, Freunde. Ist das schön. So, Freunde. So, Freunde. Die Mannschaft von Borussia Dortmund läuft gerade ein. Und Roman Bürki ist heute im Tor. Und es wird emotional. Verdammt noch mal. Ja! So, Freunde. 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 Schurröhr! 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 Vielen, vielen Dank für Körnerrechte, das war die Böse von Körnerrechte. Alles Gutes für unsere Mannschaft ist ein Dippter Klaus, Yohob Weber und Thomas Zinsmann. Vielen Dank. Also liebe Leute, es ist unfassbar. So die ersten Verabschiedungen haben wir auch schon durch. Und bisher verabschiedet sich der Physiotherapeut von Borussia Dortmund. Aber gleich wird es auf jeden Fall deutlich emotionaler. Und dann gegen Schmelle und eben Michael Zorc. Leute, das wird krass. Das wird einfach krass. Und dann wird es auf jeden Fall. Ich kann mich nicht mehr an den letzten Spielen, ich bin kein Zeichen, ich bin kein Zeichen, ich bin kein Zeichen, ich bin kein Zeichen. Ich bin kein Zeichen, ich bin kein Zeichen, ich bin kein Zeichen, ich bin kein Zeichen für alle, was sie für unsere BVB geleistet haben. Auf uns wünschen wir alles Gute für eure weitere Lebenslehre. Ein dicker Applaus von Marius und Roman Dicci! Amelie! 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 Und hat in dieser Zeit sang after 144 Pflichtspiele bestritten mit 13 Toren. Nach Axel Zagalura, ebenfalls 2018 zu uns, allerdings auch Marius und bestritten. 191 in die Spiele, es sind dabei vier Toren. 2,40 Töten verlassen uns mit dem BVB. Deshalb jetzt noch einmal einen dicken Applaus für Axel Winzel und dann Axel Zagalura! Amelie! 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 Amelie Applaus Spelle! 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 Jawoll! Scherze! Was ist Schwerzer? Was ist Schwerzer? Was ist Schwerzer? Applaus Applaus So Leute, also falls ich irgendwie verheult bin, das fliegt noch immer, muss ich am Abschied von Marcel Schmelzer, da war es einfach vorbei, da geht einfach so eine krasse Legende und jetzt gleich ist die Verabschiedung von Michael Sorg. Leute, emotionaler geht es nicht. Das ist Borussia Dortmund, was soll man denn da erzählen? Während des Spiels werde ich nicht filmen, weil da werde ich einfach Vollgas geben und supporten, aber ich möchte einfach diese Emotionen euch hier ungefiltert mitgeben. Und Leute, unfassbar, es ist unfassbar. 572. Spielung, 159. Spielung. Als Spieler Champions League, Weltkofalsieger, Pokalsieger, Deutscher Meister, Superpokalsieger, Junioren-Mötenmeister. Als Sportdirektor, dreimal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, dreimal Superpokalsieger, Jekyll-Möten-Finalisten. Was für eine Karriere, was für ein Lebenswerk. Wer, Borussia, geht nicht. Lasst uns gemeinsam aufstehen, könnt ihr uns bei jemandem zu bedanken, dem wir so viel zu verdanken haben. Ein Donner-Applaus und ein dickes, zittes Dankeschön an unsere ewige Nummer 8. Mittel! Sport! Michel! Sport! Michel! Sport! Ja, lieber Michael, ich glaube, dass alles, alle hier in Spanien und wir von Borussia Dortmund uns mal hier bedanken. Dafür, dass du die ganzen Jahre immer deine Stadt, Dortmund und deine Verein, wo es der Dortmund im Herzen getragen hast, uns immer treu geblieben bist. Das kann man gar nicht hochfühlen. Ich bedanke den Partier für 16 großartige Jahre. Wir haben zusammen alle durchgestanden, jede Folge gefeiert, Schläge verkraftet. Wir waren immer ganz recht beieinander. Das kann ich ja nicht wieder gut lassen. Eine einzige Hoffnung bei den Abschiedsschmelzen sollte, dass man sagt, niemals geht man so ganz viel bei Michael. Und dann danke von allen hier, die hier in Spanien haben. Applaus 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 Michael, nach dem Spiel, nach dem Spiel, würde er gerne noch ein paar Worte an euch richten. Deshalb jetzt schon einmal die Bitte, bleibt nach dem Abpfiff, bitte auf hollen Plätzen. Applaus 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 Wir sind alle, doch von der Jungs, doch von der Jungs, doch von der Jungs! Ob die Mähre dem Haus, der uns dann, es gibt die, die ein Land betreut, doch, 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 doch! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 wo ihr heute steht. Über die ganzen Meisterschaften will ich gar nicht reden. Aber wunderschön. Am schönsten war, ab der Tag danach, der Tag, wenn man in eure Augen geguckt hat, wenn man um den heutigen Lauf gefahren ist. Das waren die schönsten Momente, die ich persönlich 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 habe. Die beiden für die beiden im Herzen. Das ist das Besondere an Borussia. Also, ich bedanke mich für eure Unterstützung. Für ihn ja manchmal sogar tun, eigentlich. Vielen Dank und ich kann mich nur ganz kurz verfolgen. Ich kann nur ehrennen, nur der Weg um ihn. Ole, 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 nur der Welt, okay, unser ganzes Himmel, unser ganzer Stolz. Ole, 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 nur der Welt, okay, unser ganzes Himmel, unser ganzer Stolz. Ole, 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 ole WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR